Wir sind hier in Mendrisio. Mendrisio ist der Produktionsstandort von Zimmerli. Zimmerli ist bekannt für die feinste, beste und der beste der Welt. Und zwar Schritt für Schritt von Hand gefertigt in der Schweiz. Und das seit 144 Jahren mittlerweile. Eine Marke, ein Produkt ist nur so gut, wie die Leute dahinter. Wenn es den Leuten Spass macht und ihnen sehr viel Herzblut und Initiativen dahinter sind, kann etwas Gutes entstehen. Uns ist auch wichtig, dass wir online nicht nur bestehende Kunden bedienen können, sondern auch neue finden, die Zimmerli noch nicht kennen. Und Zimmerli bekannt machen, die uns vorhin gar nicht kennen als Marken. Und bei einer Online-Kampagne mit Google ist das möglich. Das Ganze ist eigentlich verblüffend einfach. Man entscheidet sich für ein paar Keywords. Zum Beispiel Zimmerli oder Underwear oder Homeware. Man sucht dann die Märkte aus, wo man penetrieren will. und hat dann die Möglichkeit, sehr gute Suchresultate zu erzielen. Wenn die Leute nach diesen Suchen, nach diesen Begriffen, kommen wir dann immer weit oben, manchmal sogar zuoberst. Mit dem Internet ist es super, weil man hat die Möglichkeit, ausser Schweiz, aus der weltweit Kunden zu finden. Die Kunden leben diese Produkte, weil sie ihnen gut tun. Und wenn sie morgen in die Wäsche steigen und es fühlt sich schon gut an, dann finden sie den Tag ganz anders an.